Warum machen die diese Versammlung? Gibt's ein Überraschungskonzert der Doodlebobs? Matheprüfung, Matheprüfung, Matheprüfung! Wie viele von euch mögen Videospiele? Wie wäre es, wenn es ein Gewaltspiel gäbe, für das ihr nicht bezahlen müsst, das im richtigen Leben stattfindet und überhaupt kein Spiel ist? Wär das nicht der Hammer? Wer sind diese wunderbaren Menschen? Wir haben einen Film dabei. Wisst ihr vielleicht, wo wir ein paar coole Kinder finden, denen wir den zeigen können? In Dearborn, Michigan? Nein, hier! Volltreffer! Mit diesem Ritter kann ich mich voll identifizieren! Die Armee. Da gibt's alles, was euch gefällt.